Liebes Mitglied, in diesem Video erkläre ich dir die Vorteile unserer eFit-App. Diese lädst du dir zunächst im App Store runter und kannst dann zum einen die Live-Auslastung, also wie voll es in deinem Studio ist, sehen. Du kannst deine Trainingsprogramme ansehen und bearbeiten. Du hast eine Übersicht deiner Termine. Dann kannst du dich im Kursbuch für Kurse eintragen und anmelden. Und außerdem können wir dir über die News-Funktion aktuelle Neuigkeiten und Informationen zu deinem Training hier im Studio zukommen lassen. Schau da also immer mal rein, ob es etwas Neues gibt. Zuletzt kannst du natürlich auch selbst über das Plus-Termine vereinbaren bei deinem Trainer und zu deiner Lieblingszeit. Bis bald!